Hallo und herzlich Willkommen zum 10. Announcement Video hier von meinem Let's Play Kanal. Ich möchte es nur relativ kurz halten. Es gibt eine Änderung im Let's Play Plan. Und zwar Doom 3 bieft die jüdischen. Das heißt Doom 3 und Resurrection of Evil werden am 11. Februar beendet sein. In der Woche vom 11. Februar bis zum 18. Februar. Ich muss hier noch etwas ändern. Entschuldigung, ich merke gerade, da ist ein Fehler drin. 18. Februar sind bei mir fähren. Ich werde gucken, dass ich Mass Effect fertig aufbenäume. Dass das beendet ist. Und wenn Mass Effect fertig ist, kann ich mich dann um 2nd und 3rd Projekte kümmern. Wie man hier sehen kann, habe ich The Lost Missions, was auch noch Teil von der BFG Edition ist, auf die Woche danach verschoben. Das heißt Homeworld 2 kommt etwas später. Ähm, Aliens, Colonial Marines sollte direkt am 12. kommen. Und dann ab 18. könnte man sagen, fängt dann dieses 3 Let's Play Prinzip an. Und ich werde es mal so ein bisschen austesten, wie das so funktioniert. Je nachdem, wie ich das hinbekomme, werde ich dieses System beibehalten. Oder wenn es gar nicht geht, nicht. Muss ich schauen. Ähm, mehr gab es eigentlich gar nicht, was ich da sagen. Bei Mass Effect weiß ich noch nicht, wann es fertig ist, weil es noch nicht fertig aufgenommen ist. Ähm, das heißt von der Woche 11. bis 18. gibt es nur Mass Effect und dann Colonial Marines. 3rd LPs werden erst dann später starten, wenn das alles mit Mass Effect fertig ist. Ja, mehr wollte ich eigentlich in diesem kleinen und neuen Video nicht sagen. Ich würde mal sagen, Life Maker over and out. 3rd Lpiral pc verlesen wir auch noch load. 3rd L Impulator